Neben der Möglichkeit mit Canva Buch-Mockups zu erstellen, möchte ich dir eine andere Seite zeigen, die ziemlich genial ist und die Mockups man natürlich auch dann in Canva einfügen und bearbeiten kann. Und zwar füge ich dir den Link in der Beschreibung ein, das ist DIY Book Design. Es gibt verschiedene Kompositionen von Single oder mehreren Grafiken, die du nehmen kannst und die du hier auswählen kannst. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal ein Softcover Buch mit einem iPad und wir gehen auf Next. Dann suchen wir unser Cover und laden es hier bei Upload hoch. Tada, da ist es schon. Wir gehen auf Next und dann können wir auswählen, ob er das Mockup jetzt als PNG oder als JPEG mit weißem Hintergrund erstellt. Um in Canva weiter arbeiten zu können, nehmen wir natürlich PNG, da hat es keinen Hintergrund und dann sehen wir nur das Buch mit dem iPad. So, ich bin jetzt hier zurück nach Canva geflippt und lade jetzt mal mein Mockup hoch und tada, wir haben hier unser Mockup. Sieht doch eigentlich ziemlich cool aus. Jetzt können wir hier noch einen Hintergrund einfügen und vielleicht ein bisschen klitzer. Bei Elemente einen Tisch suchen, auf den wir das Ding draufstellen. Zack. Position in den Hintergrund und voila. So, das ist jetzt eine Möglichkeit. Wir haben aber auch noch eine andere Möglichkeit und zwar bietet Canva schon fertige Mockups an, wenn wir unser Cover hochladen. Ich nehme jetzt ein anderes. So, dieses Cover habe ich jetzt. Wir haben die Möglichkeit, hier auf Bild bearbeiten zu gehen und alles hier nach unten zu scrollen und hier sehen wir den Punkt Smart Mockups. Wir gehen auf alle Anzeigen. Wir sehen beliebte Mockups, Smartphones etc. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier mit einfach mit einem Klick unser Cover auf einen Mockup davon drauf zu beamen. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass, ja, das Format von dem Cover ist natürlich nicht so wie ein Laptop, aber zum Beispiel wie so eine Karte oder, genau, wir können es am Ende auch nochmal anpassen. Das zeige ich dir jetzt gleich. Wir suchen einfach mal hier unten ein Buch aus und nehmen zum Beispiel Buch 7. Als ich die Funktion übrigens entdeckt habe, war hier, glaube ich, nur zwei oder drei Bücher drin. Mittlerweile sind es schon acht, also die erweitern das stetig und du hast immer mehr Möglichkeiten, hier diese Funktion zu nutzen. So, zack, mit einem Klick haben wir jetzt unser Cover auf dem drauf. So, ich bin jetzt hier gerade irgendwo drauf gekommen. Jetzt probieren wir es nochmal. Also, wir haben jetzt hier unser Mockup, können es verschieben, können noch einen Hintergrund beifügen. Falls es dann sein sollte, dass das Format nicht passen sollte von deinem Cover, dann kannst du hier, ich mache das jetzt alles nochmal kurz zurück, weil es dann einfacher für dich ist. Moment. Also, Bild bearbeiten, Smart Mockup und ich würde mir jetzt hier das hier nehmen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Genau, da sieht man nämlich die Schrift nicht. Hier kann man auf die Einstellungen drauf gehen und da ist hier der Punkt Füllen. Wir nehmen aber Benutzer definiert und können dann selbst anpassen, wie das Cover hier drin aussieht. Also, wenn wir jetzt das Format ein bisschen kleiner machen, dann sieht das auf dem Handy doch wunderbar aus. Wir müssen ein bisschen spielen. Toll, oder? Zack. Und so einfach ist es, dass du ein schönes Mockup für dein Social Media Profil bekommst, ohne dass du vielleicht selber ein Foto machen musst und ohne, dass du selber hier irgendwie was gestalten musst. Ich finde, das sieht ziemlich, ziemlich genial aus. Außerdem haben wir nicht nur die Möglichkeit, ein Mockup jetzt auf Handys oder Bücher zu setzen, sondern wir können zum Beispiel auch eine Schriftart auf Klamotten machen, was auch ziemlich cool aussieht. Was nehme ich denn mal? Ich schaue mal ein bisschen weiter runter. Da sind die T-Shirts. Diese Dame hier. So, um das natürlich anzupassen hier wieder, gehen wir wieder auf Bild bearbeiten. Gehen hier auf Benutzer definiert, passen die Größe an und wir haben dann schön die Möglichkeit, hier das hoch, runter, links, rechts zu schieben. Vielleicht so auf die rechte Seite. Et voilà! Ja, ein fertiges Mockup mit einem T-Shirt-Druck. Ja, und so kann man sich durch die Mockups mal ein bisschen durchklicken, was schön aussieht, was vielleicht zum eigenen Stil passen würde oder was die Farben sind, die du für deinen Co-Bride Identity vielleicht gewählt hast oder ein Logo hast in den Farben. Und man erstellt mit einem Klick wunderschöne Mockups.